Philipp Koukou ist ein ehemaliger niederländischer Fußballspieler und heutiger Trainer. Spielerkarriere Philipp Koukou ist gelernter Mittelfeldspieler und begann seine Fußballkarriere 1988 beim niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar. Ab 1990 spielte er fünf Jahre für Vitesse Arnheim, bevor er 1995 zur PSV Eindhoven wechselte. 1998 führte es ihn ans Camp Nou zum FC Barcelona unter Luis van Gaal. Nach der Saison 2003-2004 kehrte er nach gescheiterter Vertragsverlängerung mit dem FC Barcelona an seine alte Wirkungsstätte zur PSV Eindhoven zurück, mit dem er in der Saison 2004-05 das Halbfinale der Champions League erreichte. Von 2007 bis 2008 spielte er bei Al-Yazir A. Club in den Vereinigten Arabischen Emiraten und beendete danach seine Karriere. Sein Debüt in der niederländischen Nationalmannschaft gab Philipp Koukou am 4.20. April 1996 bei der 0-1-Niederlage gegen Deutschland. Sein 101. und letztes Länderspiel bestritt er im WM-Achtelfinale 2006 gegen Portugal. Mit Eindhoven gewann er 1997 und 2005 die holländische und mit Barcelona 1999 die spanische Meisterschaft. Weitere Triumphe sind der Amstel Cup 1997 mit Eindhoven und der UEFA Super Cup 1998 mit Barcelona. Trainerkarriere Von 2008 bis 2012 war Koukou-Kou-Trainer der niederländischen Elftal unter Bert van Mavelk. Am 17. Februar 2010 erhielt er sein Trainerdiplom. Im Mai 2013 unterzeichnete Koukou als Nachfolger von Dick Advokat einen Vierjahresvertrag als Cheftrainer bei PSV Eindhoven. 2015 und 2016 gewann in dieser Funktion jeweils die Ehre-Divisie. Privates Philipp Koukou ist seit Mai 2006 verheiratet und hat drei Kinder. Siehe auch Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen. Liste der Fußballspieler mit Rick Advokat